Die Lkw-Arbeitsbühne GL53G Allrad bietet verschiedene Abstützvarianten und kann den Gegebenheiten am Einsatzort flexibel angepasst werden. Für den komfortablen Einstieg in den Arbeitskorb kann dieser bis aufs Bodenniveau abgelassen werden. Die GL53G Allrad erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 53 Metern. Der um 175 Grad drehbare Korbarm ist austeleskopierbar und erweitert das Einsatzspektrum der GL53G Allrad. Arbeiten hinter großen Störkanten sind mit dem langen Korbarm problemlos möglich. Der Arbeitskorb ist in beide Richtungen verdrehbar und hat eine maximale Korblast von 600 Kilogramm. Zusätzlich steht eine Lastöse mit einer Traglast von 300 Kilogramm zur Verfügung. Der Arbeitskorb ist hydraulisch austeleskopierbar und erreicht eine maximale Breite von 3,65 A. B. A. A. B. A. A. B. A. B. A. B. B. A. Untertitelung des ZDF, 2020